Platz und da Ferner mit der 1 zu 0 Führung, gegen 2, gegen 3, Buntic und da Ferner mit dem Doppelpack. Auf der Batterie, Merschel, super Solo und super Abschluss. 61. Minute, die Hamburger zitterten schon und dann trifft er tatsächlich, der Knipping. SV einen Punkt festgehalten, rüber auf die andere Seite, Knipping. Vlachoudimos eingewechselt, Kade, wie viel Platz hat der denn? Julius Kade. Minute, also direkt nach Wiederbeginn, wunderschöne Flanke, Dynamo den Deckel drauf. Freistoß Löwe, Knipping und sie hat einen super Start, da Ferner schickt Königsdorfer. Es sind 30 Sekunden gespielt und nach 35 Sekunden steht es 0 zu 1. Dynamo führt, extrem, mannschaftlich geschlossen, extrem geschickt, extrem, torgefährlich. Führt mit 2 zu 1 und nur sieben Minuten später in der 70. die Entscheidung. Dresden als Ausgabe. Christoph da Ferner, der Ausgleich. Dynamo, Dynamo Dresden, Young Minksoll, Morris Schröter, wieder der Ausdorfer, Lorenz legt den Ball, Marshall auf den Fuß und der Treff. Christoph da Ferner, 1-0 Dresden. Auf der Ferner, Ausgleich, so schnell ändert sich. Macht das gut, nein, sehr gut. 1-0 Dynamo Dresden. Letzte Ecke Dresden, Schröter, gefährlich, sehr gefährlich. Wieder Königsdörfer. Dynamo, da Ferner, 3-1 Dynamo. Achtes Saisontor. Aber mit diesem Teil hier von Mendel in den Fuß von Königsdörfer und der sagt danke. Weyrauch ließ durch für Mörschel. Der machte das ganz souverän. Heinz Mörschel mit dem 1-Punkt sorgte erneut Dynamo. Diavusi mit dem 3-3 Endstand. Sechs Tore also. Julius Kade am 2. Pfosten. Christoph da Ferner völlig frei. Das ist Kade, der haut mal drauf. Das 1 zu viel. Daher trat an Christoph da Ferner. 59. Minute. Strecken, nächste Ecke für die Dresdner. Und jetzt ist es passiert. Dynamo in der 20. Spielminute. Das ist Knipping, das ist da Ferner. 1 zu 0 für eine Dynamik durchgeht. Da Ferner, der Ausgleich. Plätze. Minute, Chris Löwe und Paul Will. 1 zu 2. Dynamo. Dorten, Löwe. 2 zu 1. Tim Knipping. 2. Die darauf folgende Ecke von Batista Meier verwertet. Paul Will. Anschluss aus Heiz. Da ist wieder Rensford. Jeboa. Königsdorfer. 2 zu 2. Will für Diavusi. Und der für da Ferner. Christoph da Ferner. 1 zu 0. Dresden. Wohin will er? Er will zu Patrick Weihrauch. Super Move. 1 zu 0 Dresden. Schwier. Spiel geht weiter. Weihrauch. Und Akoto nicht angegriffen. Dann hängt.